Murphy, ja so kann es gehen, einfache Punkte, das ist eigentlich der Seraner Offense. Guter Stil von Murphy, Günther hat nicht aufgepasst und er vollendet. Ja, so müssen sie es machen in der Defense, gutes Spiel macht. Und der nächste Stil von Murphy, auf Krause, ja, ja, ja. Spiel, Murphy. Ausgleich ist da. Auf dem Konto, gefühlt waren es noch mehr bei Murphy. Neun Stils insgesamt bei Hagen. Es ist ja nicht vorbei, wir sind mitten in der Crunch Time. Murphy auf Kessen. Damit überspielen sie den Ehemann. In diesem ersten Heimspiel im Saisonauftakt der Pro A 22, 23 Murphy. Murphy hat ihm den Weg sogar bewusst aufgemacht, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Und auf der anderen Seite wieder dieser Move von Murphy.